Hochgelobt und angebetet sei das Allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. So wollen wir jetzt heute, ich habe das schon nachgerechnet, wir können noch eine Novene machen bis am Gründonnerstag und am Karfreitag beginnt ja dann die Barmherzigkeits-Novene. Wollen wir noch einmal so diese Hingabe-Novene machen? Für all jene Menschen auch, die einfach jetzt in der Hingabe herausgefordert sind, die Sorgen haben, die jetzt wirklich unser Gebet und die wirklich auch diese Novene brauchen. Erster Tag. Gebt euch ganz mir hin. Jesus spricht zur Seele. Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich um eure Angelegenheiten zu kümmern und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich das bewirkt, was ihr ersehnt und eure dornenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und, damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem ihr sagt, sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder miteinander lernen, dieses, sorge du, dein Wille geschehe. Jesus sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sage du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sage du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sage du. O Jesus, ich vertraue auf dich, sage du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sage du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sage du. O Mutter, ich gebe mich dir hin, sage du. Mama, ich gebe mich dir hin, sage du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sage du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.